Hat die keinen Grund zu. Bro, schlaf nicht ein. Ach, never. Doch, bin ich schon mal. Woran erkennt man das Geschlecht? Also, wenn du eine richtige Antwort haben willst, woran das Geschlecht erkennst, musst du im Prinzip sondieren. Beide haben hinten die Geschlechtsorgane. Du musst halt eigentlich einen Stab nehmen und gucken, wie weit du in die Öffnung eindringen kannst. Dann kannst du dann praktisch gucken, ob das Männchen oder Weibchen ist. Sollst du auch nicht unbedingt selbst machen. Stripes. Stripes. Na? Na, kleiner? Kein Lebenfutter. Der war süß, ne? Sag mal, wer von den Kater süß? Stripes. Ach, da ist ja das Futter. Nein, das ist kein Futter. Außerdem heißt Hallo. Könnte das jetzt aber nicht für dich gefährlich werden? Nein. Stripes. Hä? Hallo Baby. Hast du gehört, wie der geschrien hat? Stripes. Bis zum nächsten Mal.